Der Bus wurde endlich repariert. Wir können endlich wieder operieren. Prince Mellow. Alles klar, ich brauche eine Niere und eine Bauchspeicheldrüse. Los geht's. Okay, we want to go bossers keep. Could you give us a lift, please? Eine Story from King Nimbus. Wie kannst du so schnell davon hören? Alles klar, dann sind wir dort ohne Zeit. Ich finde übrigens, also die, ich weiß nicht, ob die Wolken amüsiert sind oder ob die so ein bisschen derpy sind. Ich glaube, die sind alle high. Im wassten Sinne, ja. Shopping? Wir sollen da wie Konsolen gehen? Nein! Here it comes, here it comes. Ähm, ein Lakito-Bus, natürlich. Warum muss ich, wenn ich ihn sehe, an YMCA denken? Ich weiß es nicht. Oh, it's pouring like a kitten. Could you take Prince Mellow and transposers keep? Of course, can't wait to get this thing running again. Come on, Prince, hop on. Wollt das ganze Team da drauf? Bowser fällt einfach durch. Wäre aber lustig gewesen, wenn Mellow der einzige ist, der da drauf sein kann, weil er halt so eine Wolke ist quasi und Mario einfach durchfällt. All about the hype train! Hype! 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 Hype? 400 Abonnenten, äh, Follower eigentlich Hype, aber... Hype! 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 Hype, das ist immer noch, mir egal. Epischer Hype! Hypen der Hype! Hype, Hype ist Hype! Hype, Hype, Hype! Clouds fly, Hype, jo. Clouds fly, Hype! Hype, 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 Hype! Oah! Warum? Toads, äh, Toads, genau. Koop hast du vom Anfang. Knochen trocken. Ja, gut. Also Dry Bones. Dry Bones ist ein besserer Name. Knochen trocken, ey, das ist so... Das ist Marke Nintendo. Ja, ja, eingedeutschtes Nintendo. Sagen wir's mal so. Wow, die haben einiges an Energie. Konnte man die auch nur mit Magic besiegen? Ich versuche die mal zu terrorisieren. Disco-Goo. Ne, offensichtlich nicht. They have come to the senses. Vorher nicht. Der hat einen kleineren von sich im Mund. Wo wir schon bei Kannibalismus waren, ne? Au. Wow, Bellows Hulk. Bellows Smash. Gott, wie viel halten die bitte aus? Einiges offensichtlich. Ich glaube, die haben 500 HP oder so. Wenn ich gerade richtig mitgekriegt habe. Ich bin natürlich kein Experte in diesem Spiel, um das ganz genau zu sagen. Grüne Koopa, äh, Goombas. Die sehen nicht gesund aus. Ne, die sehen frisch gepflückt aus. Sie sehen unreif aus. Oh. Möchtest du mir nicht wieder ein Gruppelherz zeigen, während du auf so einem Donut stehst? Wie wäre es mit Nein? Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte gucken. Die stehen einfach nur da. Okay, zu den Goombas kann man da gar nicht mal. Achso, doch jetzt. Jetzt kommt sie. Oh Gott! Mellow ist drogen. Mellow ist drogen. Mellow ist drogen. Oh, guck mal, dicker Koopa. Es ist wieder ein fett Koopa. Ich kann ihn mit dem Shell von einem seiner Brüder besiegen. Hast du ihn vorhin Goomba genannt? Nein. Ich meine, du hättest gerade fett Goomba gesagt. Ich habe Koopa gesagt. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch Koopa gesagt habe. Ich habe glaube ich vorhin, das sind Grüne Koopas und nicht Goombas gesagt. Das meine ich nicht. Ich meine nicht in dem Kampf gerade. Ich weiß, was du meintest. Das hat doch sowas mit Indiana Jones, von der Fels hinterhergerollt�. Ich bin relativ gut, würde ich sagen, wenn ich gerade schon allen ausgewichen bin. Du hättest es nicht aussprechen dürfen. Nein. Okay, gut. Der Typ, der steht einfach nur rum erstmal. bis wir ihn irgendwie wach machen, den mit der Gabel. Das heißt, den machen wir zuletzt. Metall-Krabbi. Das ist so ähnlich, wie wenn du Onyx-Metallmantel gibst, bloß mit Krabbi. Warum gibt es keine Metallmantel-Entwicklung für Krabbi? Das sollte es in Gen 7 geben. Halt, 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 halt. Nicht zu laut, er weiß, was in Pokémon Sun Moon kommt. Ja, ja, eben. Ich mein, es gibt ja jetzt schon die Gerüchte, dass eventuell das neues Feature sein könnte, dass die Pokémon mit den Menschen, also mit den Trainern, fusionieren könnten so in der Richtung. Ja, das hab ich auch schon mitgekriegt. Auch das, was in die Richtung kommen wird, aber nicht ganz so krass wegen Fusion. Das hatten wir, glaub ich, schon mal. Da hab ich doch dann gerantet, dass es wie bei Yu-Gi-Oh! wird, dass man Feature nach Feature nach Feature reinhaut und das, hm. Ich denke, dass es was in der Richtung geben wird, was halt auch Ash's Quajutsu ist, aber nicht ganz so krass, so von wegen wirklich 100% Fusion, DNA, Digimon-Fusion. Und was ist mit Ash's Quajutsu so besonderes? Naja, es ist halt, kennst du das nicht? Nein. Äh, ich kann dir ja mal ein Bild zeigen. Das ist eine Spezialentwicklung von Quajutsu. Bisher wusste keiner, was es damit auf sich hatten. Jetzt wird halt gemutmaßt, dass das ein Hinweis auf die Fusion sein soll. Es ist halt ein Quajutsu. Ähm, hat aber so ein bisschen Aussehen von Ash, so, hat so schwarze Haare quasi am Kopf, wie Ash das hat. Okay. Es hat so ein, naja, wie nenne ich das, auf der Stirn so ein rotes Zeichen nochmal quasi, wie Ash die Kappa hat in dem Farbton. Deswegen, das sind wir als Ash's Quajutsu bezeichnet, auch offiziell. Wir bisher dachten alles, das ist vielleicht eine Mega-Entwicklung oder irgendwie sowas, aber es fand ich wirklich ein Mega. Why? Ganz ehrlich, warum? Ich find das verdammt cool, aber ich find's, sagen wir mal so, ich find's cool, wenn es was Sun and Moon Only mäßiges ist. Weil jede Generation, der irgendwas ganz besonderes hatte, dass das so ein Spezialfeature ist, war, was dann nicht dauerhaft übernommen wird, weil das wäre dann echt merkwürdig. Pokémon Sadomaso Hype, man wird seine Pokémon züchtigen können. In Pokémon Amiose Peitsche. Ob man, ob man mit Sun and Moon dann auch Amiibos benutzen kann? Also, dann schreie ich. Das ist das Wort, was ich gesagt hab, wenn das eingebaut wird, den Pokémon, dann bin ich weg. Wenn du so ein Legi nur bekommen kannst, indem du ein Amiibo kaufst, das ist es nicht. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann mal auf sowas hinauslaufen wird. Ich weiß, dann ist Pokémon für mich tot. Bowser, level up! Nee, tot ist kein Pokémon. Autsch. Ich dachte gerade, na, wann kommt er an, wann kommt er an? Ah, hör, 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 hör. Ja, hör auf, hör. So, ich habe es einfach mal eingedeutscht. So, ich hab's einfach mal eingedeutscht. Hey Mario, du übren den sanctuary Punkt? Plenty of danger ahead. So, es ist best, zu save now. Need anything? Give uns ein Items alles, wenn du... auf einmal ist. Oh, guck mal hier, Fire Shirt und sowas. Ich guck erstmal bei dem Shirt, ob es besser ist. Pokémon mit 800 Amiibo-Karten. Ah, kill me. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlicher als, ähm, ach, ich hab schon Fire Shirt. Und feier alles. Dann würde ich alle haben wollen, was zur Hölle. Ich würde keine einzige kaufen. Willst du das nicht unterstützen? Ne. Nein, ich mag dieses ganze Amiibo sowieso nicht. Besser als Animal Crossing. Ja, das, ja, aber nein, nein, es geht in eine ganz falsche Richtung. Also, ja, es geht mittlerweile wirklich in eine ziemlich komische Richtung, aber ich muss mal sagen, dass an sich die Amiibus einfach mal schönes, günstiges Merchandise so halt von den Figuren her ist und sowas alles. Also recht im Vergleich günstig, sag ich mal, von der Qualität her. Ja, das Problem sehe ich immer da, wenn Nintendo anfängt zu sehr auf die Amiibus zu bauen und die dann zu sehr das Spielgeschehen implementiert. Ja, und das wird ja mittlerweile irgendwie so langsam aber sicher. Sie wissen nicht, wann sie aufhören sollen. Ja, ich mein, was sie gerne machen könnten, wär zum Beispiel, hm, wie machen wir es am besten? Wenn zum Beispiel mal diese normalen Pokémon Trading Cards sozusagen, wenn du da, sagen wir mal, ein Shiki hast und du könntest, nachdem du die Top 4 durch hast oder so diese Karten irgendwie einscannen und dass du dann ein Shiki kriegst oder so. Ja. Das dürfte keinen schön, das wär einfach nur so ein nettes Feature nebenbei, aber sonst? Sechs Türen, alles klar. Von den sechs Türen. Oh, ja, ja. Zwei offen in Action Courses. Handle a lot of Action, right? Leid you to Battle Courses. You can fight, right? And to Puzzle Courses. No sweat for a great puzzle-server like you, right? Das wird spaßig. Ich und Puzzles, ja, das funktioniert doch. Günstig? Ich hab hier eine Sammlung im Wert von 300 bis 400 Euro. Sehr günstig. What the fuck? Ja, ein einzelner Amiibo ist halt vergleichsweise. Im Gegensatz, wenn du dir einfach mal anderes Merchandise anguckst, da fängt so eine kleine Figur schon ab 30 Euro an, aufwärts. Ja, ich weiß aber. Das, das mein ich halt. Shining hast du irgendwie alle Amiibos? Ja eben, das, das, das hab ich auch eher zu Shining gesagt und nicht zu dir halt. Eieieiei. Let's walk through it. You must pass four of the six Courses. Ah, okay. Vier von sechs muss ich schaffen. Also fangen wir mal mit Nummer zwei an. Du meinst so wie bei Yu-Gi-Oh! Karten den Code unten drauf, die man bei Spielen eingeben kann? Ja, sowas. Aber das geht dann halt auch nicht mit allen Karten. Zum Beispiel irgendwelche Legis kann man dadurch nicht bekommen. Das wär lame. Ich sag mal so, das ist sogar eine Sache, da müssten sie die Pokémon-Karten sogar, sag ich mal, nicht unbedingt zwingend neu machen, sondern den, den neuen Karten dann einfach nur ein QR-Code unten reinsetzen oder irgendwas in die Richtung. Oder halt das Layout der Karten nur ein bisschen verändern und das halt, aber trotzdem das normale Trading-Kart-Game lassen. Die müssen ja nur so schwarze Balken und schwarze Kästchen irgendwo hinsetzen, um das markieren zu können. Ja, das Problem ist, dann kannst du dir die Code sowieso vor dem Internet quasi holen. Das stimmt allerdings, ja, das wär blöd. Deswegen wär's besser, wenn sie das wie Ami-Booker anmachen. Äh, Amazon bekommst du 20, äh, 20 Euro, vier Pakete mit Pokémon-Figuren. Halte Produktionsfehler. Ich hab mal so ein Opening, so ein Unboxing gesehen von so einem Fehler auf dem Paket, auf YouTube von Pokémon-Figuren. Ich hab so gelacht, was da teilweise für Mutationen rauskam. Echt, sind die so schlimm? Das, das sind quasi, ähm, China-Pokémon-Figuren, die quasi so vom Fließband gefallen sind oder falsch angemalt wurden und nicht mehr verkauft werden können. Die wurden dann wohl von Mitarbeitern so an beiseite genommen und dann auf Ebay reingesetzt und die sehen so wunderschön aus. Chino, level up! Oh yeah. Ein Sabi, das ist es eben. Ich hab nur 24 Amiibos. Das Togel-Pi war das Beste. Ich hab, ich glaube aber auch mittlerweile, Amiibos sind Wert von über 100 Euro, also 11. Ja. Ich hab zwei. Mein Wollyoshi und mein Chibi-Robo. Und den Chibi-Robo hab ich gewonnen. Ich hab Wollyoshi. Ich könnte jetzt alle aufzählen, aber irgendwie ist mir das gerade ein bisschen zu viel. Ich hab auch einen Wollyoshi und ein paar andere. Boah, andere. Ja, andere noch. Die, die sagen, machen wir's mal andersrum. Die, die ich noch haben möchte. Fox hab ich noch nicht. Ähm, Mewtwo hab ich noch nicht. Den hab ich noch nicht. Ich würde sagen, stehen die Kanonen falsch rum? Die sehen irgendwie so aus, ne? Kanonen stellt man normalerweise andersrum hin, ja? Denk ich auch. Oder die sind weitseitig. Ausschließbar. Weitseitige Kanonen. Äh, ich hab sechs Amiibos. Ich weiß nicht, warum ich die gekauft hab. Äh. Ich hab meine auch noch nicht benutzt. Die stehen einfach nur da zur Deko. Was soll ich aufzählen? Shining, ich fürchte, dann macht Twitch einfach den Dick-Move und postet deinen Post nicht. Weil zu viele Zeichen. Ja, bei Wall of Text. Ähm. Ne, wen möchte ich noch haben? Eugen aus Animal Crossing möchte ich noch haben. Dann. Wen gibt's denn noch? Ich komm grad nicht drauf, wen ich noch gerne hätte. Muss ich zugeben. Ich weiß noch gar nicht, gar nicht mehr so genau, welches es noch alle gibt. Muss ich zugeben. Sehr viele. Vier von denen sind sogar noch eingepackt. Warum, Orgut? Warum? Ich hab auch noch einen eingepackten. Ja, du meinst, die sind auch alle noch eingepackt. Die hab ich auch nie ausgepackt, aber... Das ist dieser, dieser Mario, äh, der aus der Röhre springt, der, der, ach, mit Mario. In der Original, ähm, Kolorierung oder in der, ähm... Nee, in der, in der modernen Kolorierung. Achso. In der, in der alten Kolorierung ist der, glaub ich, mehr wert, oder? Ja. Super, bei uns fängt's an zu regnen und die Verbindung wird schlechter. Oh Gott. Oh no. Internet über, äh, oh Gott, oh Gott, sowas ist scheiße. Ja, das ist wirklich blöd. Bei mir ist es relativ egal. Ich hab auch das einmal, wo ich gestreamt habe, das ist aber, wo ich halt noch ganz am Anfang stand, da hat das draußen so extrem laut geregnet, dass man das gehört hat. Und dann hab ich einfach nur aufgemacht, die Balkon-Tür und alle, Alter, mach die Tür zu, das ist viel zu laut. Aber wie viele denn noch, bitte? Naja, auf diesem Blick darfst du viel kämpfen. Ja, offensichtlich. Ich wusste nicht, dass das so viel ist. Äh, Ultra-Jump, hauen wir einfach mal alles raus. Gestern war Ultra-Star, heute ist Ultra-Jumps. Ja, hier wird die Verbindung immer nur schlechter, wenn's, weiß Gott, wie sehr im Gewittern ist. Also, weil WLAN und so. Ja, mach ich halt Larenkabel rein, dann geht's besser. Aber wenn's gewittert, oh Gott. Das WLAN wird unterbrochen durch, äh, WLANs, genau. Das WLAN wird unterbrochen durch, äh, durch irgendwelche Stürme oder wie. Ja, durch Blitze und sowas. So merkst du richtig, dass das ziemlich, dass die ganzen, ich weiß nicht genau, wie WLANs passiert, auf jeden Fall die ganzen Felder. Elektromagnetisches Feld. Genau. Durch Blitze wird das ein bisschen durcheinander gebracht. Nein! Falsche Tasse gedrückt, verdammt. Wie gesagt, dann statt WLAN Larenkabel rein, dann pattert. Dann pattert. Deswegen benutze ich immer Larenkabel. Ich bin immer zu faul. Das ist immer so, so ein Kabelsalat, den ich dann hier hab. Deswegen nehm ich normalerweise nur WLAN. Ich hab auch jetzt nur WLAN, deswegen. Kabelsalat hab ich so oder so, aber mein, äh, Modem-Router, wie auch immer, keine Ahnung, Router wahrscheinlich eher. Du, du sitzt ja auch am PC, aber ich hab hier halt meinen Laptop, weil du dann noch mit dem LAN-Kabel und dann immer noch und auch. Hallihallo, Scorch. Raven. Scorch Raven, ja, ich weiß, aber ich nenn ihn einfach nur Scorch. Raven. Miau. Hi, Scorch Raven. Rabat miaut. Guck mal, Splatoon's. Ich wusste, dass du das sagst. Ich hab eigentlich mit drauf gewartet. Ich hab sogar die eine Folge danach benannt. Falls es dir aufgefallen ist. Hab ich nicht drauf geachtet. Weil die Sache ist, natürlich nicht die Folgen, weil da war ich live dabei, so mehr oder weniger. Ja, stimmt. Die Folge, die ich danach benannt hab, da warst du dabei, weil ich die Teile natürlich nicht Splatoon zu nenne. Nee, ähm, als ich den Boss besiegt habe, die Folge heißt Riesiger Splatoon. Ah, okay. Kriegst du auch im Eiswürfel? Auf jeden Fall, ja. Alles klar. Yashi. Na, ich sag links. Hätte ich jetzt auch gesagt. Natürlich, ganz rechts. Aber wenigstens ein Tai und kein... gar nichts. Boah, geht's jetzt? Also mal ganz ehrlich. wenigstens ein Tai und kein Matt. Fühl dich gefacepampt von mir. So auf die Stirn. Hey, du bist, du bist Waluigi. 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 Sind eingelaufen, aber Waluigi. Was hat HPK denn bei den Eiswürfeln verkackt? Sie sind sehr eiswürfelig. Was hat sich denn da verkackt? Du kamst irgendwie nicht drauf, dass du die auf dem Grill zu Wasser machen musst, damit du sie über die Ofenkartoffel kippen kannst. Ah, okay, ja. Da stand es hier so ein bisschen um den Grill rumgerannt. Ich saß da so, Grill, 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 Grill. Ach ja. Ich dachte jetzt, es war Super Mario RPG, deswegen dachte ich gerade Eiswürfel. Was? Nein, nein, nein. Deponia. Ja, okay, ja. Bei Deponia, ja. Das Gemeine, was mich am Anfang bei Deponia total überfordert hat, ist, dass man jederzeit quasi auch noch Zeitreise zurück machen konnte. Und bei allem, was ich gemacht habe, war ich dann überlegen, so, oder musst du jetzt zurück oder nicht? Oder musst du aber alles normal machen? Oder solltest du doch zurück oder nicht? Und du spielst gerade auch privat soweit? Bist du schon recht sehr weit? Nee, ich spiele irgendwie immer, ich mache es immer an und denke, jetzt spielst du es durch und habe dann aber doch sehr bald keinen Bock mehr. Ich bin auch nicht soweit, nein. Vor allem, ich halte mich auch unglaublich lange wieder auf. und ich will dann auch nicht gucken, wie es weitergeht und kniffle dann selber. Ja, genau. Bist du sehr viel weiter als ich? Nee. Aber es liegen sehr blöde Rätsel dazwischen, von daher, es könnte noch ein bisschen dauern. Nobody cares. Level up! Kannst du das nicht, ich wollte gerade sagen, kannst du das nicht wenigstens auch episch sagen? Nobody cares! Doch bitte! Wie viel denn noch? Jeder Gegner einmal oder was? Davon ist zwei. Sei froh, dass er nicht noch die Bosse spawnt. Dann damit habe ich eigentlich gerechnet, dass es noch so, dass man auf jeden Fall diesen, wie hieß er nochmal? Hier, der, der immer Mellow gefressen hat, dass man den auf jeden Fall nochmal besiegen muss. Der wäre lustig. Würde mich sogar gar nicht wundern, wenn der nochmal rankommt. Immer die ganze, I have yummy in my tummy. Sabi hat heute ein Easter Egg gefunden und gedacht, sie hat das Game geglitscht oder so. Ich habe das Spiel schon zweimal kaputt gemacht. Ich dachte, jetzt hätte ich es ein drittes Mal geschafft. Vorher weiß Orgat das. Weil ich ihm einen Screenshot gezeigt habe und gefragt habe, was habe ich jetzt wieder kaputt gemacht, weil er weiter ist. Ich wusste nicht, dass es ein Easter Egg ist. Das habe ich verwirrt. Keinerlei Spoiler. Nein. Das Problem ist, ich kann dich auch nicht spoilern, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das getriggert habe. Das war auf einmal da und ich so, äh, äh, soll das so? Bei Deponia. Gut, äh, Deponia Doomsday. Scott. Richtig. Ähm, Ähm, ja. Ich habe, ich habe eine Idee auf jeden Fall, wie ich jetzt, äh, weiter machen soll. Eigentlich wollte ich noch so ein bisschen rumgucken, aber die Idee kam ja erst später. Ähm, aber ich sage natürlich jetzt nicht, wo ich bin. Ich weiß ja nicht, wie weit du bist und das ist schwierig auszujustieren, ohne dass der eine der anderen eventuell Spoilert. Ich bin weiter, denke ich mal. Was? Ich bin weiter, denke ich mal. Ich habe schon ein bisschen weiter gespielt, wie gesagt, seit das Letzte, was du gesehen hast, seit dem Letzten. Ich bin gerade trotzdem weiter, hoffe ich. Ja, ich kann es dir halt nicht sagen. Ich will nicht gerade, wie man fragen könnte, wo du bist, ohne dass man irgendjemanden Spoilert. Das ist immer knifflig bei dem Spiel. Äh. Nicht durch eine der Data, bitte Orget, bitte, keine weiteren Sachen bitte mehr. Weil Data Setten, ich weiß jetzt nicht, worum es mehr geht. Also bitte, bitte, bitte. Ja, okay, dann weiß ich zumindest, dass ich weiter bin. Das war eigentlich nicht ganz praktisch. Und ja, Orget, ich habe Stuff gemacht. Aber eigentlich regulären Stuff und auf einmal war das Easter Egg da. Weil ich habe eigentlich gerade eben schon gesagt, keine weiteren großenartigen Spoiler oder sowas und dann kommt jetzt sowas dabei raus. Delay. Ja, trotzdem. Ne, das war schon über eine Minute her. Tatsächlich, äh, Data Set. Also von dem her, bitte, ja, aber trotzdem. Ich möchte null Info haben. Null. Null weitere Info. Null. Gar nichts. Aber Data Sette. Und Data Sette. Und Easter Egg. Nein, ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, Orget. Es war auch einmal da. Ach, wir hatten Lucky. Ah. Where's Yoshi? Ach. Schade. Das ist Digimon gefunden. Das ist der Botamon. Äh, bisher waren in jedem Game Dutzende Data Sette. War im ersten, doch im ersten Jahr. Im ersten ging es eigentlich nur um die Data Sette. Ja, ja, mit den Aufstiegscodes. Genau. Böse Auerget. Also, trotzdem, no more informations about anything Deponia related. Deponia ist vorbei mit dem Thema heute. Punkt. Ich muss das erst noch weiter aufnehmen. Ja, 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 ja. Die Sache ist, ähm, ich hoffe momentan, dass das Grog sich mal wieder richtig doof anstellt und dann ein bisschen länger braucht. Das war nämlich lustig, wenn ihr so ungefähr gleich auf wart. Mhm. Es ist dann immer so verdammt fasziniert zu gucken, wie zwei komplett unterschiedliche Leute das Rätsel angehen. Ja, das Problem ist einfach nur, dass ich halt 15 Minuten Parts mache und eher halbe Stunden Parts. Richtig. Und dadurch verschiebt sich das halt. Und trotzdem warten wir gleich auf. Ganz am Anfang, die ersten zwei, drei Folgen, ja. Also gut, meine erste Folge ist immer eine halbe Stunde. Das mache ich ja immer so. Ja, da wart ihr noch absolut gleich auf. War ja, glaube ich, zwei Bildschirme weiter oder so. Also nur weitergelaufen. Hab nicht weitergemacht. Ich bin halt ein ganz, ganz böser. Ähm, ja. Und die Sache ist halt auch, Gronkh hat das im Stream gespielt. Das heißt, der wird nebenbei immer den Chat im Auge gehabt haben. Und falls er nicht weiterkommt, hat er garantiert mal aus dem Augenwinkel oder so gesehen, wie es weitergeht. Naja, klar. Also ich hab's dann später noch bei, als Funk angefangen hat zu spielen geguckt. Und dann als er an der Stelle angekommen ist, wo ich war, hab ich dann ausgemacht, natürlich, dementsprechend. Aber war interessant zu sehen, ähm, wie es da lief. Bei ihm. Und da kam mir dann auch die Idee, wie ich weiterkomme. Ich bin bei einigen Rätseln mal gespannt, wie du dich dabei anstellst. Ich hab mich teilweise auch sau dumm angestellt. Bei der Sache noch nicht mit den Eiswürfeln, aber später kurz drauf. Naja, kurz noch weiß ich nicht. Aber da, auch in der Nähe, was sau dummes. Ja, die, die Sache ist, ich weiß, ähm, ne, äh, die, die Sache ist halt, ich weiß meistens, was genau, also was zu tun ist. Drill Claw? Ich weiß im Grunde dann, was zu tun ist, aber die Sache ist also, was ich machen muss, was sozusagen das große Ziel ist. Das Problem ist, die ganzen kleinen Ziele, die da vorkommen. Ja, vor allem die Pune ist so unberechenbar, was diese kleinen Ziele angeht. Du bist der Meinung, du weißt ganz genau, worauf sie hinausläufen, auf einmal kommt dann doch was ganz anderes und dann geht's doch wieder anders und das ist, äh, welche Zahl? Fünf. Fünf. Hatte ich mir aber auch gedacht, so. Fünf? Ich hab zehn Versuche, okay. Gut, der Weg. Oh, die, die Kiste lacht mich natürlich irgendwie an. Oh Gott. Okay, ich kann das auch triggern. Eisbomb. Also, was macht denn das? Also sie. Erst wird es schnell, dem Gegner Schaden machen. Du bist garantiert nicht verkehrt bei einem Lava-Level. Ich glaube, ich nehm, hau den Honey-Sirup weg. Was Sau-Dumm ist im ersten Kapitel? Ja. Ich kann das gleich mal eben auf Twitter schreiben, was ich meine, Orgid, weil das war schon super dämlich. Und bei wem jetzt? Bei Gronkh? Ne, vom Spiel allgemein. Das Rätsel an sich ist super dämlich. Ach so, ach so. Nicht schwer, aber dumm. Und dadurch doch relativ schwer. Ne, Rock Candy. Schreib das neben auf. Twitter! Nein! Oh ja, genau. Das sah eh schon so aus, als wenn ich nur auf der Luft laufe. dass ich da jetzt nicht in den Kampf verwickelt wurde, zweimal. Ach Gott. Okay, das sind jetzt nur die Plattformen. Alles klar. Das ist optisch scheiße. Hm. Okay, ich weiß, hier sind überall die ganzen, die ganzen Truhen und so, aber da würde ich mich jetzt nur Ewigkeiten mit aufhalten. Oh! Hm, das kommt mir doch irgendwie im Kant vor. Und so, ich hoffe da was. Ach Gott. Donkey Kong, lässt grüßen. Hm. Ich habe dir das gerade mal auf Twitter geschrieben, Orgid. Äh, das ist die Frage, also gut, wenn sie da jetzt keinen Donkey Kong eingebaut haben, bin ich enttäuscht. Wie gesagt, aber das Thema Deponia jetzt bitte einstellen. Das wäre sehr nett von euch. Oh Gott, das ist wie's. Warum hast du dir die 5 ausgesucht? Du wolltest ja auch die 5 nehmen. Das hat keiner gesagt. Das hast du gesagt. Das hat keiner gesagt. Dann bist du keiner. Ich bin niemand. Ich existiere gar nicht. Die Leute sind doch sowieso alle nur wegen dir hier. Boah. Ich verliere die ganze Zeit Münzen. Das ist doch kacke. Oder? Nee. Das sieht nur so aus. Ich hätte wahrscheinlich zwischenzeitlich jetzt, boah, in den Kisten noch andere, ähm, Waffen für die anderen gehabt. So, wirklich die, die Endwaffen sozusagen. Ey, das ist aber auch, nicht nett. Wo ist, wo ist der obligatorische Hammer, den man bei solchen Leveln findet? Wenn du der, wenn du der, ähm, senkrechten ausweist, dann kommt die andere Kiste und das andere Fass, wie auch immer. Was? Ihr, ihr, ihr das Fass, was da oben auf diesem Vorsprung landet, unten ist, kommt schon wieder das nächste. Bullshit. 5 wird ausgelassen. Wir müssen nur 4 davon fertig machen. Machen wir 6. Ah, Kämpfe. Yay. Sehr gut. Ganz viele grüne Gumbas. Bling. Dann gucken wir uns mal Bowsers neuen Angriff an. Der hat ja eine neue Waffe bekommen. Hat er das Brillclaw bekommen? Was für ein Ding? Brillclaw? Hat er das bekommen? Ah. Bye. Wow. Bowsers scaring the monster. Ah. Cool. Meine lieben Gumba-Freunde, es ist keine gute Idee, vor eurem Boss wegzurennen. Der wird das nicht so lustig finden. Ach, ich glaube, der findet es ganz lustig, wenn er andere... Fett Cooper? Fett Cooper. Fett Cooper. Fett Cooper. Bowsers scaring the monster. Sehr gut. Ich kicke dir einen deiner Brüder ins Gesicht. Irgendwo schon gemein. Aber es ist cool, dass Bowser generell diese Eigenschaft hat. Dass er Gegner verscheuchen kann. Scheiße, wenn du leveln möchtest. Bowsers scaring the monster. 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 Da hätte ich jetzt gerne... Äh, nochmal... Holy Water oder so, oder wie das heißt. Oder Pure Water, so hieß das. Einfach die Boosts fertig zu machen. Waren die Boosts nur mit Magie zu besiegen? Mh... Oder waren das andere? Ich weiß gar nicht. bei der Folge, wo du gegen Boosts gekämpfst, das war ich nicht dabei. Nee, das waren nur die, äh, die Dry Bones, glaube ich. Ja. Buh. Dann waren es die Dry Bones. Buh, ah! Wow, fast 500 Schaden. Boosts halten echt nichts aus, ne? Haben aber auch keine Substanz zum Gegenhalten, muss man ja mal dazu sagen. Ja, scheig. Oh! Mit einer, mit einer kleinen, äh... Oh Gott, eine ganze Abbie. Ja, den, den springen wir jetzt einfach mal alle auf den Kopf. Hey, ist ein Zacks mit Masken. Was? Lass mich warten, Undertale? Nein, Tuck, ähm, Ziponia. Tuck. Ah, okay, ja. Von der Farbe her kommt es hin. Der hat einen schwarzen Umhang? Nein, ich meinte, er ist die Farbe seiner Kotze. Ach so, ah, dann sag doch, Tucks Kotze mit, äh, Maske. Oder so. Er hat ein Eigenleben entwickelt. Hm. Flashbang, ah! Das ist immer bei, bei CSGO. so. Oh. In den ersten, in den ersten paar Spielen, die wir gespielt haben, noch gegen, auch noch gegen Bots, haben wir dann immer, äh, Blendgranaten geworfen. Und zwar dann wirklich jedes Mal so, du hörst du von dem Charakter, wie er sagt, Flashbang. Und dann, und dann, zwei Sekunden später, einer, irgendeiner von uns immer, ah! Weil wir uns irgendwie immer gegenseitig oder selbst geflasht haben. Schon traurig, wie sich alle über Trump lustig machen und trotzdem die AfD solch Zulauf hat. Naja, ich lass mal so, Amiland und Deutschland, jeder hat seine eigene Probleme. Das ist immer. Vielen Dank.